Ziel war es, in der Montage bei ABRUG ein Schraubwerkzeug einzuführen, dass ein Drehmoment von 3400 Newtonmeter mit einer Toleranz von plus minus 5 Prozent genau anziehen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist mit dem neuen Schrauber von Atlas Copco, dem neuen REWO-Schrauber, vollumfänglich gelungen. Wir haben eine enorme Qualitätssteigerung und von der Schraubzeit sind wir ungefähr das sechsfache schneller wie mit dem alten Schraubwerkzeug. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017